Hale of Blades, Alter. Oh Gott, ich muss gegen Zed spielen? Ja? Mann, warum sind die Leute so doof? Hat dein Chat doch gesagt, Zed. Wieso sieht Tründer mehr aus wie Urgold? Ja, beide hässlich. Chemtech, Tründer? Ist das der, der gegen Echo gekämpft hat? Nee. Bei diesem Echo Cinematic? Aufbei könnte sein, oder? Aber der Arm und so würde passen, aber der hat doch so ein Greifer und kein Schwert. Von hier sehe ich natürlich nicht, was das sein soll. Ich frag mich sowieso, wie weit Riot da bei solchen Sachen vorausdenkt, um schon irgendwas zu spoilern, weißt du? Wenn er mich ultet, drücke ich doch einfach selbst Instant Ult, ne? Nee, du brauchst bei der Ult ein bisschen. Dodgst du damit auch Schaden? Nee, die Deutschen nicht. Aber ich verhindere ja den Schaden durch den Schild, oder? Oh Gott. Biss mir doch. Okay, warum hab ich geflasht? Why did I flash? Okay, ich mach's da so gern Werbe. Na doch klar. Dann würdest du es mal. You have slain an animal. Epim Niko, ich treff E, treff Q, ignite tot. Okay, ich geh mal weg, weil irgendwie Maxim extremst useless ist in der Mitte. Wow. Warum spielt er mit denen? Tut er ihnen einen Gefallen? Das ist verletzend auf jeden Fall. Auf jeder Ebene verletzend. Es ist halt einfach abgehoben. Schon dead inside now. Ich würde es halt verstehen so, aber es ist trotzdem verletzend. Ich will den beiden Lappen hier einfach nur einen Gefallen tun. Das ist sein Charity-Stream, habt ihr es nicht im Titel gesehen? Er hat doch gesagt, er kann nicht anders hören, wenn wir den nette Leute sehen. Ja, ich kann den nur helfen, Alter. Das ist sehr nett. Das sind die Zwecke, die noch vom Gewinnspiel. Oh, Leute, der Zett ist einfach ein Genius. So, pass auf. Wir machen jetzt folgendes, okay? Du kommst jetzt in die Mitte, weil ich hab dich übernommen, als du halbe HP hast. Ich bin mir sehr sicher, dass der Zett da nicht widerstehen kann. Ja, kann ich verstehen. Der holt mich halt wirklich, ne? Hä, what? Ja, weil er dachte, ich hab null HP. Oh mein Gott. Das ist ein Genius. Das ist halt einfach drauf. Der Zett ist halt richtig predictable, Alter. Das war insane gut, ey. Aber er hat keinen Shadow. Lass ihn mal diven. Nein. Doch, 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 das ist live. Ehrlich. Hä, ich hab keine Ult. Oh Mann. Oh, das ist nur ein Stack gewesen, ne? Na gut. Das war jetzt also cool, oder was? Naja, hier ist das Ding. Du hast missplayed. Wuuuuh. Schreiben? Na, Alter. Okay, jetzt mal. Naja. Ich bin dumm, ich hab einfach... Ich hab einfach Stunden da drin. Komm rüber zu mir. Komm hier hin, Set. Damit ich dich zufrieden darf. Schade. Was ist das Gegenteil von Trindermeer? Trindermeer. Nichts mehr. Drinder weniger. Oh wow. Holy shit. Der war halt literally fast so schlimm, wie wenn ich rede. Bei mir ist schon richtig schlimm. Wenn ich rede, verhalten. Oh, hello. Oh, hello. Was ist das Gefühl nach dir geschafft hat? Einen Jokeverein, oder? Hä? 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 Wo war mein E? Hä? Hä? Waaat? Was ist das Gegenteil von Morgala? Mh... Les Gala. Hä? Hä? Das war witzig. Okay, was ist das Gegenteil von... Elis? W... Warte, E... Welis? Welis? Welis oder Qleis wäre auch okay. Wer ist das asreal? Was ist das checked? Asreal ist Penisreal? Vaginareal. Is ggreal. Vaginareal, alter, holy. Oder Wpreal geht auch. Weißt du? Ne, Wermas. Ist ein bisschen komplexer, weil mein Gehirn so groß ist. Du musst halt komplexe Witze machen, sonst geht's kaputt. Ich muss wieder Toplane gehen, sonst nimmt der Toplane. Und ich hasse noch mehr im Gegner-Team, weil der pusht einfach nur Toplane, macht nix. Oh, ich komme, ich komme. Ich bin hier Hass, Bitch, und dann einfach okay, ich bin da. Ah, wie ich den getroht habe. Ich war im Stundenglas und er ist wirklich dem Klon hinterhergenommen? Ja, das war echt ganz schön traurig. Okay, Toplane ist down. Okay, was ist das Gegenteil von Lysandra? Lys-Oftra. Die Leute, die rasten richtig aus. Aber das Gegenteil von Jax ist nix. Der Chat ist einfach insane. Wir kommen aber in der nächsten Episode von Maxims Chat. Das ist lustig. Ja, aber es ist halt wirklich witzig. Was ist das Gegenteil von Trash? Kaboom! Oh, ich hab kein Stundenglas. Ich hab kein Stundenglas. Hä, die Morgana hat ihn doch getroffen. Das verstehe ich nicht. Was ist das Gegenteil von Kaiser? Untertane. Königer. Okay, klar. Okay, klar. Das Gegenteil von Brand ist Wasser. Das ist stark. Das Gegenteil von Temo ist Cafemo. Oh mein Gott, das ist brillig. Kaffee Om. Okay, was ist das Gegenteil von Mordekaiser? Oder Überleben Kaiser. Lebekaiser. Was ist das Gegenteil von Blitzcrank, Leute? Oh mein Gott. Blitzgesund. Ich hab aber dann was anderes getan. Donnergesund. Donnergesund. Oh. Auf 10 HP auf einmal. Wow. 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 Splatterman, what was this? Was ist das Gegenteil von Z? Oh, die ist tot. Ja, die ist tot. Ich hab sie genommen. Du hast sie genommen. Oh. Das ist gut. Oh. Aber ich verstehe das mit dem Z und Happy nicht. Ich hab keinen Mana. Du bist so bad, Bruder. Bruder is so bad. Ich hab keinen Ludensgold. Ich muss Ludens holen. Was? Was ist das Gegenteil von Z? Zed. Happy. Happy, wow. Oh mein Gott. Was ist das Gegenteil von Bart? Äh, Nick. Rasiert. Nick? Das Gegenteil von Nidali? Nick hatte mal einen dicken Bart. Immer Dali. Äh, immer Dali. Das Gegenteil von Yazoo ist scheiße. Nee, andersrum. BAM! Christo hat's verstanden. Das ist ein Synonym. Das Spiel hat erst seit 2 Minuten, Christos. Gerade ist er zugekommen. Oh mein Gott. Look at... Lass mal einen Baron machen. Flings. Flings. Was ist das Gegenteil von Garen? Roh. Das ist ein Gegenteil von G-ROH! Der Antwort weiß nicht. Was ist das Gegenteil von Viktor? Loser. Der Fies. Oh mein Gott, Junge. Ich bin jetzt, Alter. Richtig raus. Was ist das Gegenteil von Rice? Kartoffeln. Was ist das Gegenteil von Alistar? Ali. Unbekannt. Oh mein, ihr seid wirklich lustig. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme, ey. Was ist das Gegenteil von lustig? Ihr. Hier. Oh. Oh, ich bin so schnell vorgelesen. Hätte ich nachdenken müssen. Ich finde, man zeigt ja immer so Subscriber, wenn neue reinkommen. Ich finde, das soll das Gegenteil geben, wenn Leute aktiv deabonniert haben. Hat nach 12 Monaten sich entschieden, ich habe doch keinen Bock mehr. Ja, ist wirklich so. Nach 12 Monaten unfollow. Guck mal, der folgt mir bereits 12 Monate nicht. Weißt du, das ist auch witzig. Sag mir das Gegenteil. Richtig ja so. Okay, wow. Die Antwort war ja so. Keine Ahnung. Bam. Einen Tropfen. Schwamm! Schwamm! Oh, warte mal. Das Gegenteil von Ezreal ist hart fake. Wow. Das Gegenteil von A-Mumo wäre A-Penis. Das ist halt einfach richtig gone heute. Nein, A-Mumo, da wäre das Gegenteil all. All-Mumo? Nee, das wäre die Vielzahl. Wer ist denn da? Ach du, du beißt dich ja die ganze Zeit mit den Leuten rum, ne? Du frisst dich einfach auf, weil du Benning leibst. Naja, ich... Wir haben eine Spinn-Probier. Probier vor allem. Tech-Speed, Tech-Speed. Tech-Speed Elise, meine Damen und Herren. Absolut Garbage. Kann ich nicht empfehlen. Und bin raus.